So, 3, 2, 1, willkommen zurück zu Thief Simulator. Wir spielen mal wieder Dieb und ich glaube, ich brauche Geld, um den Glasschneider zu kaufen, um durch Fensterscheiben unbemerkt durchzukommen. Dafür fehlen mir, glaube ich, 2.500 Dollar, Euro. Ich schaue mal ganz kurz, oh Gott, war die Steuerung schlimmer, so extrem sensibel. Glasschneider. 2.500, ich habe 1.200. Gut, das heißt, Geld verdienen. Ich schaue mal ganz kurz im Inventar. Wir haben Schlüssel für 109 und 113. 109 und 113. Dann fahren wir mal eine Runde. 109 ist ja schon da unten. Direkt. Achso, das ist das Haus. Da fahr ich mal vor auf dem Parkplatz. So, Rückkehrsgang. Aussteigen. Ah, ein bisschen weit hinten. Weiter 109 fremd Licht. Ist der ja drin. Ist der ja drin. Warum brennt hier Licht? Was war ein Sacken? Noch ein Topf. Fenster verschlossen. Fenster verschlossen. Mal das Fenster auf. Hier auch. Falls wir fliehen müssen, aber. Auch nichts. Hm. Okay, hier ist echt leer. Wir gehen einfach mal hier rüber. Ganz gemütlich. Ja. So. Setzen uns kurz rein. Fahne Stück. Und wieder aussteigen. Oh Gott, jetzt stehe ich. noch weiter im Gras. Und 113 haben wir auch einen Schlüssel. Und das ist natürlich Welt zu Hause. Das ist ja nicht ganz optimal. optimal. Ah. Blöd. Auch zu Hause. Wie spät ist es? 23 Uhr. 17. Hallo? Fräulein? Ob ich mal zu 107 runter schaue. Da war ja auch jemand. Sind die jetzt alle zu Hause immer? Ja. Okay. 109. Da war ich gerade drinnen. Vielleicht mal bei 110 reinschauen. Erstmal Tür zu. Teekessel. Damit werde ich nicht reich. Da da da. Nächster Topf. Scheiße hier. Ein großes Bild. Gucken wir mal, was diese Tür noch zu bieten hat. Badezimmer. Schön Fenster öffnen. Gut, dann gehe ich mal raus. Tür auf. Bild schnappen. Jetzt gehen wir gemütlich zum Auto. So. Bild ins Auto. Kommt vor allem zu. Kurz einsteigen. Ja. Aussteigen. Dann gucken wir noch weiter. 111 rein. Oh. Okay. Da sind Leute drin. Ah. Habe ich gerade eine Frau gesehen. 109, 110. bis jetzt ein Tadeln oder... ... ... ... ... ... ... Ich bin immer zu laut, wenn ich in Häusern bin. Ich bin immer zu laut, wenn ich in Häusern bin. Ich bin immer so drüber klettern, wenn ich jetzt komplett verwirrte. So, vorsichtig. Ich bin immer zu laut, wenn ich in Häusern bin. Radio einstecken. Oben war gerade Licht. Scheiße, da ging es Licht an. Oh, oh, oh. Okay, da oben wird geschlafen. Oh, oh, oh. Heilige Scheiße. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, ich verpiss mich mal lieber. Okay, die Rollos sind unten. Ich habe mich da nicht gesehen, oder? Oh, oh, oh. Oh, oh. Geise, das lief überhaupt nicht. Nicht gut. Die sind zu Hause. 112 113 Hier habe ich einen Schlüssel. Die sind gefühlt irgendwie auch permanent zu Hause. 10 VerLOCK Die sind perfekt zu stein. Ab ich die 60. Da schießt касekten dizzy Oragrine. 10 11 Was sind die, hallo? Okay, der ist jetzt weg. Wenn ich das richtig deute, müsste jetzt alles frei sein. Okay, wie spät ist es jetzt? 9.30 Uhr. Handy. Handy. Momentan voll. Eine Flasche. Teekiste. Komm, da nehme ich noch den Drucker mit, wenn die Leute vorbei sind. So. Oh, oh, oh. Schnell die Tür zu machen. Da, 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 da. Da laufen aber echt viele Leute rum. Vielleicht hier hinteren Häusern lang. Mist. So. Nicht jetzt hier runterwärts. Okay, da wechselt die Straßenseite. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich beende erstmal die Folge. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.